Hey, ja, hier ist der Schnuppe, willkommen zurück zu Infested Planet, zur Fortsetzung des Spiels, wo wir beim letzten Mal eine Zufallsmission gemacht haben, wo wir alles erledigen mussten, was dort so feindlich aussah, haben wir auch geschafft, am Ende lief ein bisschen, also Kontrolle, wegen dem Mercer leider, auch, das war nicht so gut, hätte besser sein können, aber am Ende haben wir trotzdem geschafft, daher geht's weiter mit der nächsten Mission, ich glaube, ich spiele auch wieder ein bisschen Story zur Abwechslung, wir sind jetzt hier, ich weiß immer noch nicht, wieso das klingt, keine Ahnung, ähm, ja, wir können, ja, entweder machen wir die Wait, oder die entsprechende normale Mission dazu, ähm, ja, überlege ich mir noch, wir haben hier eh nur noch ein bisschen hier, ein bisschen was zu tun, also, es kann so sein, dass wir jetzt, da war auch nicht mehr so viel Story-Mission vor uns haben, wir glauben nur diese 5 hier, ich glaube, das sind auch noch Zufallsmissionen, ähm, kann sein, dass wir auch dann mal zweit aneinander spielen müssen, um das dann alles falsch zu machen, kann sein, weiß ich nicht, auf jeden Fall, ähm, ja, wir machen weiter mit dem nächsten Einkauf, ja, weil wir erstmal hier noch was kaufen wollen, wir haben ein bisschen verdient durch die letzte Mission, relativ viel sogar, ähm, was haben wir hier, Ja, wir haben jetzt Engineering zum Beispiel, in Building the Engineering Upgrade Station, it allows Structures to auto-construct, Structures build themselves, Structures regenerate own health, Structures use 2 ammo to finish building, Structure Destruction does not lose Moral, ja, das ist so cool, das kostet so early an Kohle, aber das ist eine sehr coole Fähigkeit, Teleporter, Teleporters bring in reinforcements that keep fighting when your Marines die, if the Marine is replaced, the Moral loss from death is only 50%, replace dead Marines with AI Backup, each replacement costs 1 ammo, more Teleporters replace Marines faster, Moral loss from death decrease 50%, Aha, hat man also ne, ne, ne KI, ne KI Backup, wenn man niemals stirbt, oder wie? Okay? Sidescanner, the flag can is great for destroying large alien swamps, but it can't kill buildings, rips through crowds and barriers, cannot kill buildings, kostet ganz viel viel, haben wir nicht, Aber wenn man sagen, wir nehmen die Engineering, das ist ne sehr coole Fähigkeit, Geht das ganze Geld schon mal drauf für, aber das lohnt sich, und wir machen weiter mit The Return! The Return! Drake, where the hell have you been? While you have been taking a vacation, that big alien hive has popped up again, Our attack is faltering, and I am throwing you into the bridge, Stop miling about, and get out there right now, Pull my balls out of the fire! Okay, da machen wir, da machen wir das! Harvester Speaks What has been will be again, What has been done will be done again, There is nothing new under the sun, You have taught me much, Magnuson Swarm Leader, Rose your warrior cows, And come to me, I have been working on a surprise for you! Aha, was was das denn? Klingt nicht so angenehm! This attack has gone off the rails, You have gotten bail the army out, They will help us in return, Destroy the giant hive! Die müssen uns jetzt verteidigen? Oder was? Okay, was haben wir hier? Guardians! Defensive Tower are replaced with Equestive Guardian Typhenders! Ja, die hatten wir am letzten Mal schon, Die sind richtig übel, diese Typen! Ja, die verfolgen uns aktiv! Aber wir können uns hier... Ja, müssen, ja, ja, was haben wir hier? Helicopter Strike? Ne, das sind nur Reinforcements, ne? Das sind auch Reinforcements sind das! Ja, Reinforcements, genau! Äh, wir haben 80 Stück! Das heißt, einer ist ein Shotgunner, immer gern gesehen! Ähm, und... Einen Livesupport haben wir auch! Und den Rest nehmen wir als Verteidigung erstmal... Nehmen wir mal... Den Rest nehmen wir erstmal so... Ähm... ...bar! Ich glaube wir müssen immer diese ganzen Nester erledigen... ...bevor wir uns um den Ding kümmern können! Sollten! In meiner Meinung, sollten wir uns dann erst drum kümmern! So! Okay! Ähm... Hä? So! Hoffentlich können wir das... ...schaffen hier! So! Okay! Die haben wir schon mal rausgeholt! Die Munition holen wir mal zurück! So! Jetzt kommt der dran! Die müssen, glaube ich, rausgeholt werden! Die müssen, äh... Ähm... Was wollte ich eigentlich... ...wollte ich eigentlich nicht! Ich wollte den... ...immer so... ...haben! Die werden da... ...attackiert! Die halten und die halten das ja, denke ich mal! Naaaah! Ist doch nicht in der Heile angekommen, so! Okay! Okay! Das ist doch mal schön! Dies... ...is... ...a new rotation strain! ... ...it's almost as if it is trying to imitate us! Was soll bei was denn? Was denn? Was denn? Was ist los? Wieso soll das denn verteidigen, frage ich mich gerade? Wieso soll das denn verteidigen, frage ich mich gerade? Na, komm her! So, die haben wir schon mal! Drei! Tja, komm mal! Ja, da sind wir irgendwie... ...da müssen wir auch mal gleich hin! Dann nehmen wir hier ein paar... ...ein Mietfeld hin! So! Ja, du sollst das Ding nehmen! Komm her! So! Okay! Die laufen alle dran vorbei! Das Frauen, die greifen gar nicht den an! Ach so! So, 17! Die greifen den gar nicht an! Also... ...die greifen nur diese Leute an! Ach so sieht das aus! Dann brauchen wir den da gar nicht! Dann brauchen wir den da gar nicht! Dann können wir uns was neues bauen! Dann machen wir den mal! Engineering? Das ist cool! Ja! Da kann man so einfach jetzt jederzeit irgendwo einen Turm hinbauen! Wenn wir wollen! Das ist ganz praktisch! Das ist ganz praktisch! Okay! 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 Das kann man mal kaputt machen! Das Guardian Nest! Sehr angenehm! Wenn wir das mal zerstört haben! Oh! Warum sind denn so viele Leute hier tot von mir? Haha! Ah! Das wollte ich nicht! Ich wollte... Ja! Ja! Ein muss ich ja hier behalten! Ja! Das wird von denen gehalten! Okay! 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 Los geht's! So! Wollen wir da mal auf! Dann machen wir ohne! Genau! Bitte wegräumen! Dankeschön! Da ist noch einer! So! Okay! Super! Guardian Nest Imminent! Dreck von der Nase! Aha! Ja! Müssen wir das Ding mal kurz erst dörren! Gehen wir mal kurz kaputt machen! Wenn's denn geht! Ja, es geht. So, das ist mal weg. Da kommt jetzt irgend so ein Vieh mit bei. Dann müssen wir auch mal zusehen, dass wir hier... Ach, brauch ich ja gar nicht. Ich kann ja einfach so jetzt einen Turm bauen, wenn ich einen brauche. Okay. Warum gab es dieses Vieh an? Was soll das denn? Helden! Helden! Helden sind das. Ich kann ja auch Gebäude jetzt so bauen, ne? Heißt, ich kann mir auch ein... Robotik-Dingens leisten. Naja. So. Na komm, das schaffen wir doch trotzdem. So, wir müssen mal gucken, wie wir das am besten machen. Und der ist weg. Okay. Die waren überrannt. Wie immer. Äh, ja, wenn wir gerade mal hier sind, können wir sagen, wir machen mal diesen Turm mal dicht. Hä? Ja. Die Menge, die Menge Guardian-Nesser hier... Ist ja... Klimm. Ähm... Einmal hier auf der Daumen. Ah, einmal. Ok. so ok bottom up Kaufen wir schon ok ok watch out they are mutating again some sort of nest alter kommt doch viel kram ok den brauchen wir aber nicht mehr ok aber 60 zur verfügung wir müssen hier aufpassen wir müssen hier aufpassen und im Grunde auch ja wieder hier ne da kommt wieder einer er will direkt zu uns aha wir holen jetzt mal diese dinge da jetzt mal ab so unser direkt da hin ok dann machen wir wieder 8 wo ist dieser blödes boah das das hält ich glaube die können wohl nicht zerstört werden wie es aussieht deswegen brauchen wir den eigentlich gar nicht aber wir stellen die trotzdem da hin weil er die abhält die fahrer machen wir jetzt als nächstes welchen wollen wir als nächstes nehmen welchen wollen wir als nächstes nehmen welchen wollen wir als nächstes nehmen da ist jetzt ein ding dabei also wir müssen eigentlich einen Turm hier wo wir mit ein wildes bauen hier hin ach ist natürlich praktisch eigentlich ach so der hat jetzt die haben wir jetzt angegriffen na dann kann ich weiter nach vorne setzen und gleich mal hier einmal ja gut kann man einmal einmal dieses Ding hier dieses Guardianes das das kann ich nicht halten das kann ich nicht halten deswegen lass mal das das bringt immer nix so der ist trotzdem zerstört im Grunde können wir ja gleich mal dieses Ding hier vor was wollen wir machen wollen wir einen Granaten-Upgrade kaufen wollen wir wollen wir so macht das ein bisschen effektiver so okay go her Mom Dania go her Mom Dania Immer schön Hubschrauber dabei, auch ganz cool So, die haben wir jetzt zerstört Okay Weg, wegziehen Weg Drückziehen erstmal Okay, nochmal zurück So, der lebt wieder Und look up, jetzt können wir uns auch mal um den kümmern Gehen wir weggehäumt So Na dann Das war einmal So Der weg Was soll das Okay So Den auch Den aussichern Okay Das sieht besser aus Jetzt können wir uns mal um den noch kümmern hier Warten wir ab, bis sie aufgebaut ist Aber wir bauen einmal wieder ein paar Türmchen zur Verteidigung Besser am zweiten Ich kann die gar nicht Okay Hey, mach mal kümmern wir uns morgen zum D Komm her Aha, der hat sie da niedergemacht Die wird der So 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 Wir brauchen einen zweiten Die haben wir auch mal weg Sollte Kaffee mehr darstellen So, na also Die holen wir alle Kriegen wir noch mal weitere Neuen Okay Da brauchen wir noch einen hier So Jetzt können wir hier langsam Vorrücken Machen die alle platt Was soll das So 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 Well are you waiting for, Drake? I'm coming down there myself to finish the job. Mach das doch! Okay! Ich kann hier ein paar Tömer wieder abbauen, weil jetzt brauchen wir das alles nie mehr. Wir brauchen das Gehälte. Einmal ein paar Türme. Einmal rund rum. Das sollte Capri Lima darstellen jetzt. Müssen wir treiben. Okay! 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 That's it! Keep up the tech! Focus Fire on the Organism! Yes! Look at it bleeding! Keep firing! Ja! Okay! Das ist kein Thema mehr. Ja! Kann ich sehen, ist ja eine Reichweite und ist auch nicht. Aber der, ne? Kann ich noch ein paar Dinges rum bauen, ne? Wollen? Warum nicht? So! Das Wollen wir nicht nachsch penal das mal vergleichen. Die! Ich verruang님, prendre Layten. 253 Stay down, ugly! I'm tired of wasting bullets on your ugly carcass. Okay, dann brauchen wir die nicht mehr. Hat's lange gedauert, hat aber keine Munizin mehr nachladen bekommen, weil wir einen Granaten upgrade haben, ne? Das ist das Problem, wenn man jetzt hat. Das war's. War ja gar nicht so schwer, die Mission, ne? Eigentlich, aber... Ja, wir haben's geschafft mit 8 zerstörten Nestern, 269 Gebäude oder Alienstrukturen, 20.000 Aliens, die 6 Soldaten haben wir verloren und 8 Türme, kann man sagen. Eigentlich mehr, wir haben mehr Türme verloren als Leute. Hm, blöd. Ah, naja, egal. Wir haben's geschafft. Und das zählt am Ende. Wir haben 40.000 verdient. Was wir beim nächsten Mal wieder uns ausgeben können. Wir haben einen neuen Strang freigeschaltet. Caves, also die Handstrang, den Handstrang, kommen wir direkt. Gibt's drei Dinger. 40.000, 90.000 und 200.000? Krass, der Scheiß. Das ist ganz viel. Jetzt haben wir wieder drei Mission weiter. Deswegen müssen wir jetzt mal mehrmals solche hintereinander spielen, solche Zufatsmisschen, damit wir am Ende noch das schaffen. Ne? Wär vielleicht ne Idee? Auf jeden Fall, ja, das war's mit diesem Level hier. Ich hoffe, jetzt passt es daran. Denkt lieber an die Kommentare und an die Bewertungen und an die Glocke für neue Videos. Und ich sag danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.